Hallo und herzlich willkommen zur Was ist Reihe von Creapolis. Mein Name ist Eva Brandmeier. Ich bin Professorin für Digitalisierung und selbstlernende Maschinen an der Fakultät Maschinenbau der Hochschule Coburg und ich möchte Ihnen heute die Frage beantworten, was ist eigentlich Industrie für Null? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Keine Veränderung, keine Revolution passiert ohne einen Auslöser. Solche Auslöser gab es auch schon in der Vergangenheit. Industrie für Null ist nichts anderes als der Kurzbegriff oder auch der Marketingbegriff für die vierte industrielle Revolution. Ja und die vierte industrielle Revolution besagt, es gab auch schon drei industrielle Revolutionen davor. Schauen wir uns erstmal an, wie sich eigentlich die Produktion und auch die Produkte und das Nachfrageverhalten über die letzten, ja über 200 Jahre entwickelt hat. Das Ganze werden wir am Beispiel des Fahrzeugs des Autos machen. Beginnen wir im Jahre 1850, als die erste handwerkliche Produktion von Autos begonnen hat, noch völlig ohne industrielle Hilfsmittel wie Maschinen. Das war wirklich eine reine handwerkliche Produktion. Dementsprechend gab es natürlich auch nur eine geringe Anzahl an Stückzahlen, die gefertigt wurden und auch kein Auto glich wirklich dem anderen. Neue Ideen und Änderungen wurden sofort eingebracht. Damals herrschte noch ein maschivhoher Innovationsgeist. Man stand noch ganz am Beginn der Entwicklung des Fahrzeugs. Dann, etwa 60, 70 Jahre später, als die Dampfmaschine, was wir gleich noch sehen werden, bereits eingeführt wurde, elektrische Energie ins Spiel kam. In den ersten Wellen der Industrialisierung mit der Einführung des Fließbandes war man auf einmal in der Lage, viel größere Stückzahlen viel effizienter und in kürzerer Zeit zu produzieren. Nur, die Produktvielfalt hat auf einmal abgenommen. Man hat tatsächlich nur noch ein einziges Fahrzeug produziert am Fließband. Das Ford Model T. Und zwar auch nur in einer Farbe, in Schwarz. Für uns heute undenkbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise schon auch in der Zeit dahin, kam man immer weiter mehr in die Massenproduktion. Die Nachfrage wurde immer größer. In der Zeit des Wirtschaftswunders. Jeder konnte sich sukzessive auf einmal ein bisschen mehr leisten, hatte mehr Geld zur Verfügung, wollte natürlich auch seinen neu gewonnenen Wohlstand im Konsum ausdrücken. Jeder wollte damals ein Auto haben. Man kam gar nicht hinterher mit der Produktion. Die produzierten Stückzahlen sind immer weiter angestiegen. Allerdings wurde auch weiterhin nur ein, zwei, drei verschiedene Fahrzeuge produziert. Wenn man Glück hatte, vielleicht in verschiedenen Farben, wie Sie hier sehen können, am Beispiel des VW Käfer. Ja, und dann kam man irgendwann von dem Punkt, als tatsächlich mehr nachgefragt wurde, als produziert wurde, an dem Punkt, da hatte jeder ein Auto. Und dann kam man an dem Punkt, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie mehr von der Masse abheben. Das war die Bewegung der Selbstverwirklichung und Individualisierung. Ich möchte nicht mehr das gleiche Fahrzeug haben, das mein Nachbar auch hat. Ich möchte mich durch das, was ich besitze, durch mein Konsumverhalten von anderen abheben. Darauf musste natürlich produktionsseitig reagiert werden. Auf einmal waren wir gezwungen, mehr Varianten, mehr Konfigurationsmöglichkeiten, mehr verschiedene Fahrzeuge anzubieten. Und so sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind. Jeder kann sich sein individuelles Fahrzeug konfigurieren. Kein Fahrzeug schaut mehr aus, wie das andere. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Ausstattungsvarianten, Farben, was auch immer an technischen Systemen, was man sich ins Auto reinpacken kann. Und das stellt uns natürlich in der Produktion jetzt auf einmal vor ganz neue Herausforderungen. Diese ganzen Produktvarianten und Konfigurationsmöglichkeiten müssen entwickelt werden. In möglichst einfacher Form, damit jeder damit umgehen kann, müssen diese Konfigurationsmöglichkeiten dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Er muss seine Anforderungen in dieses Auto reinpacken können. Diese Daten, die individuellen Anforderungen des Kunden müssen wiederum in den Produktionsprozess einfließen. Das stellt uns vor große Herausforderungen, auch in der Produktionsplanung und Steuerung, in der Materialversorgung. Und dann vor allem auch die Reaktion auf ungeplante Ereignisse in der Fertigung. Was passiert, wenn auf einmal der braune Sitz nicht da ist, sondern nur schwarze Sitze? Steht auf einmal das ganze Band? Wie kriege ich dieses Auto trotzdem und vor allem die nachfolgenden Fahrzeuge möglichst effizient fertig produziert? Der Kunde wartet ja auf sein Auto. Liefertermine müssen eingehalten werden. All das bedingt eine massive Komplexität in der Produktion. Über diese ganze Entwicklungskurve, die ich Ihnen gezeigt habe, hat sukzessive immer weiter die ganze Komplexität in der Produktion, die dahinter steckt, zugenommen. Und dafür brauche ich natürlich Technologien, um damit umgehen zu können. Und da kommen die industriellen Revolutionen ins Spiel. Die erste industrielle Revolution, zu Ende des 18. Jahrhunderts, die Dampfmaschine. Die hat als allererstes das Handwerk revolutioniert. Menschliche Arbeit konnte auf einmal durch Maschinen ersetzt und unterstützt werden. Dann, zum Ende des 19. Jahrhunderts, die Erfindung des Fließbands und auch die Erfindung des Prinzips der Arbeitsteilung, klingt jetzt simpel, war damals aber eine große Neuerung. Jeder hat nicht mehr alles gemacht, sondern nur noch an jedem Produkt genau einen und den gleichen Schritt und zwar das den ganzen Tag. Dadurch wurde man sehr, sehr viel effizienter und das war der wichtigste Schlüssel hin zur Massenproduktion. Und dann, genau dann, als die Menschen nach mehr Individualisierung und Selbstverwirklichung gestrebt haben, die dritte industrielle Revolution. Der Einzug der Informationstechnik, der Computer, der speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Automatisierungstechnik in die Fertigung. Man war dann in der Lage, tatsächlich menschliche Arbeit nicht nur durch Maschinen zu unterstützen und zu vereinfachen, sondern durch Automatisierungsvorgänge sogar zu ersetzen. Man wurde wieder deutlich effizienter. Und jetzt die vierte industrielle Revolution. Allerdings nicht mal 40 Jahre nach der dritten industriellen Revolution. Der große Gedanke der Fertigung individueller Produkte nach Prinzipien der Massenproduktion, eine ganz hohe Flexibilisierung, eine Vernetzung von allem, was so in der Produktion vorhanden ist, durch cyberphysische Systeme. Erste Gedanken dazu gab es bereits in der dritten industriellen Revolution. Man hat damals schon gedacht, durch Systeme, Computer, jegliche Instanzen im Unternehmen und in der Fertigung irgendwie miteinander vernetzen zu können. Es hat aber gescheitert an einer entscheidenden Technologie, nämlich einer Vernetzungstechnologie. Die haben wir jetzt. Mit der sind wir jeden Tag in Kontakt, das Internet. Und ja, auch das Thema künstliche Intelligenz wird immer wichtiger und spielt natürlich hier zu gewissem Maße auch rein und wird uns in der Zukunft noch neben der Technologie des Internets oder ähnlich wie die Technologie des Internets massiv begleiten und unser alltägliches Leben und vor allem auch die Produktion verändern. Ja, was versteht man denn jetzt eigentlich unter Industrie für Null und was ist denn genau der Unterschied zur dritten industriellen Revolution? Ich beschreibe es gerne. Die vierte industrielle Revolution geht einen Schritt weiter als die dritte industrielle Revolution. Die blickt hinaus über den Produktionsprozess. Man spricht hier nicht mehr von der Automatisierung und der Flexibilisierung allein in der Produktion, sondern der gesamten Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen, diese deutlich besser steuern, planen und auch viel effizienter ausführen zu können. Und die Grundlage dafür sind die sogenannten cyberphysischen Systeme, moderne Steuerungssysteme, die miteinander mittels der Technologie des Internets vernetzt werden können. Und damit soll deutlich mehr Flexibilität und vor allem Kommunikationsfähigkeit innerhalb von Unternehmen und auch innerhalb des Produktionsprozesses geschaffen werden. Ja, wie kann das dann sinnbildlich dargestellt werden? Wir sehen es hier unten. Dezentrale Vernetzung. Einzelne Entitäten, Elemente in der Produktion kommunizieren miteinander. Es gibt unglaublich viele Schnittstellen. Dieses Netz kann sich nahezu jeden Moment ändern, je nachdem wer mit wem gerade kommuniziert und Daten austauscht. Bisher, das beschreibt die dritte industrielle Revolution, gibt es ein ganz anderes Konzept, nämlich die hierarchische Kommunikation. Wir haben vier Ebenen. Einmal die Feldebene, die Maschinenebene. Die Maschinen mit ihren Ein- und Ausgangsschnittstellen, wo sie Signale abgeben und empfangen können. Diese werden eine Stufe höher auf der Steuerungsebene angebunden an Computer, an speicherprogrammierbare Steuerungen, die den Maschinen sagen, was sie zu tun haben, die Befehle ausführen. Darüber die Betriebsleitebene, die wiederum die Steuerungsebene, die speicherprogrammierbaren Steuerungen bündelt. Und darüber die Unternehmensleitebene, Enterprise-Ressource- Planning-Systeme. Ressourcenverwaltende Systeme, die das ganze Unternehmen über alle Bereiche bündeln, auswerten, die wichtigsten Prozesse abbilden. Das bekannteste System, das wir dazu wohl kennen, ist SAP. Ja, zwei komplett konträre Ansätze. Jeder hat sein Vor- und sein Nachteil. Diese konventionelle Automatisierung, beschrieben als klassische Automatisierungspyramide. Es sind natürlich lange Kommunikationswege von hier unten nach hier oben. Die Maschine kann nicht direkt mit dem ERP-System kommunizieren. Natürlich kommt es auch dazu, dass ich über die einzelnen Kommunikationsebenen Datenverluste habe. Auch das wird als massiver Nachteil genannt. Man muss sich aber auch immer fragen, so ein Enterprise-Ressource-Planning-System, das eigentlich so aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Vertriebswesen kommt, Unternehmen mit dem Kunden vernetzt, Aufträge verwaltet. Man muss das wissen, was die Maschine gerade macht. Das ist die andere Frage. Hier unten. Eine komplett flexible Vernetzung, viel schnellere Geschwindigkeiten, Vernetzung in Echtzeit. Aber andererseits auch viel mehr Schnittstellen. Und vor allem keine zentrale entscheidende Instanz mehr. Nehmen Sie an, zwei Maschinen müssen mit Materialnachschub versorgt werden, können nicht weiter produzieren. Sie haben nur noch ein Transportsystem frei zur Verfügung. Alle anderen sind gerade irgendwie involviert. Wer entscheidet denn hier, welche Maschine zuerst versorgt wird? Wenn keine Prioritätsregel mehr ansteckt? Wer überprüft denn dann, ob ein Auftrag noch rechtzeitig fertiggestellt werden kann, wenn zuerst Maschine 1 und nicht Maschine 2 versorgt wird? Alles Fragestellungen, die noch nicht so ganz klar sind und die unsere heutigen Prinzipien in der Produktion vollkommen über den Haufen werfen. Und vor allem auch ein Nachteil, ich habe sehr, sehr viele Schnittstellen, die verwaltet und gepflegt werden müssen. Deswegen hier ein Ansatz. Warum nicht die Betriebsleitebene nutzen? Warum nicht alle Elemente in der Betriebsleitebene bündeln, mit der Betriebsleitebene vernetzen? Und hier eine gewisse Automatisierung und Intelligenz schaffen? Vor allem eine gemeinsame Datenbasis, eine gemeinsame Serverlandschaft zu haben, die Berechnungen durchführen kann, die Daten speichern kann und die dann den einzelnen Entitäten widersagt, was sie zu tun haben, die natürlich auch in der Lage ist, Maschine 1 in gewisser Weise mit Maschine 2 zu vernetzen. Über komplett flexible, schnelle Vernetzungstechnologien. Nur, dass halt einfach Maschine 1 mit Maschine 2 nicht kommunizieren muss. Das bedeutet aber wiederum hier auch, dass nicht jede einzelne Maschine oder jedes einzelne Element selber seine Daten speichern muss, selber irgendwelche Berechnungen durchführen muss, was es jetzt zu tun hat, sondern Daten werden ans MES geschickt, dort bei Bedarf wieder abgerufen und alles, was entschieden und berechnet und ausgelegt werden muss, auch das kann mein MES übernehmen. Deswegen ist man mittlerweile so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, vielleicht ist das doch nicht mal das erste Konzept, vielleicht sollten wir den Schritt hier trotzdem nicht über den Haufen werfen. Das war damals ein schönes Konzept, das hat aber damals nicht funktioniert, als es aufgestellt wurde. Viele Unternehmen haben schon von einem MES gehört, aber wenige haben es umgesetzt. Vielleicht ist der Schlüssel erstmal diese Ebene auszubauen, darüber eine Vernetzung zu schaffen. In so ein MES kann unglaublich viel Intelligenz reingesteckt werden. Intelligente Möglichkeiten, Auswertungen, Vorhersagen und vor allem der Umgang mit Daten, Sie haben sicherlich schon mal von Big Data gehört. Big Data ist nicht nur das Sammeln von Daten, sondern Big Data ist vor allem auch das Analysieren und Auswerten von Daten. Daten allein sind keine Informationen. Erst wenn ich die in einen sinnvollen Kontext bringe, kann ich Informationen gewinnen und wiederum aus Informationen dann wissen. Und genau das ist der Schlüssel zur Industrie 4.0. So, und wie kommen wir denn jetzt eigentlich dahin? Indem wir jetzt einfach ein System einführen? Ein bisschen digitalisieren? Nee. Der Schlüssel dazu sind unsere Prozesse. Prozesse im Unternehmen müssen sinnvoll gestaltet werden, verschlankt werden, klare Schnittstellen definiert werden, vielleicht auch unnötige Schnittstellen abgeschafft werden. Nur noch der mit die Abteilung kommuniziert mit der Abteilung im Prozess, wo es tatsächlich notwendig ist, zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig ist. Unnötige Vorgänge, Formulare, Dokumente, Hinterfragen. Und erst wenn ich das gemacht habe, macht es Sinn, den ersten Schritt in Digitalisierung zu gehen. Das heißt, ein System einzuführen. Ein System, mit dem ich manuelle Datenerfassung vermeide. Das fängt schon damit an, dass keine manuellen Listen mehr gepflegt werden. Dass Daten über einen PC, über ein Eingabegerät, über ein Tablet, über eine Maschine gepflegt werden. Keine Papierlisten mehr geführt werden, die dann später irgendwann in irgendein System übertragen werden. 24 Stunden, 48 Stunden später. Ja, und dann geht es darum, Prozesse zu stabilisieren. Das, was ich hier analysiert, optimiert habe und dann in einem System umgesetzt habe, sukzessive auszubauen und tatsächlich auch zu leben im Unternehmen. Wenn Mitarbeiter weiterhin das machen, was sie schon immer so gemacht haben, an diesen Prozessen vorbei arbeiten, Daten nicht sauber eingeben, weiterhin ihre Listen führen, dann wird es nicht funktionieren. Das Ganze muss sich etablieren und stabilisieren. Und dann kann man tatsächlich den ersten Schritt Richtung Vernetzung und Intelligenz gehen. Das, was sie wirklich unter Industrie 4.0 verstehen. Aber das sind trotzdem auch schon wichtige Elemente. Und vor allem hier beim Thema Digitalisierung herrscht auch häufig noch ganz, ganz großer Nachholbedarf. Und das ist ein nicht zu vernachlässigendes Element der Industrie 4.0. Ja, ich habe jetzt viel von Daten gesprochen. Wie kann ich denn eigentlich Daten im Unternehmen nutzen und was sind auch meine Stufen der Datennutzung, die sich dann hier widerspiegeln? Zum einen die Analyse, Analytics. Das Auswerten von Daten, die ich erfasst habe, abgleichen mit Zolldaten, was hätte denn eigentlich passieren sollen, meinen aktuellen oder Status aus der Vergangenheit, identifizieren, Berechnungen durchführen, anschauen, passt das eigentlich, was ich gemacht habe. Dann kann man einen Schritt weiter gehen. Nämlich das Ganze in der Realität, in der Echtzeit, wie man gerne sagt, zu machen. Zu visualisieren anhand der Daten, die kontinuierlich reinkommen. Was ist denn mein aktueller Status in der Produktion? Was passiert denn gerade? Wo sind Probleme? Wie ist mein Leistungsgrad? Das Ganze in Kennzahlen, in sogenannten Dashboards zu visualisieren? Und dann natürlich auch schnell reagieren zu können, wenn was nicht passt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Der Prediction der Vorhersage von Ereignissen. Kenne ich meinen aktuellen Stand in der Produktion? Habe ich alles digital abgebildet? Kann ich natürlich auch simulieren und vorhersagen, was passiert denn jetzt, wenn ich das und das mache? Und kann dann auch in der Planung auf einer ganz neuen Basis Produktionspläne erstellen? Kann auch Produktionspläne flexibel anpassen, wenn mal was nicht funktioniert? Kann auch meinen Mitarbeiter als Ressource ganz anders und viel wertvoller verwalten? Ich kann Qualifikationen von Mitarbeitern abbilden? Kann sagen, welchen Mitarbeiter brauche ich denn jetzt? Wofür? Wie kann ich denn reagieren, wenn mir Mitarbeiter 1 oder Mitarbeiter 2 fehlt? Kann Personaleinsatzpläne machen, die natürlich auch den Einsatz des Mitarbeiters viel wertvoller machen? Das sind die Schritte. Einmal Daten wirklich nutzen, um die Vergangenheit zu visualisieren, in der Gegenwart zu nutzen und auch dann mit einer gewissen Intelligenz natürlich zu nutzen, um die Zukunft vorherzusagen und die Zukunft planbar zu machen und dann viel effizienter reagieren zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben, was man so unter Industrie 4.0 verstehen kann. So ein bisschen die Berührungsängste nehmen, wie komme ich denn dahin? Es ist nicht die Welt, in der kein Mensch mehr in der Produktion existiert, wo nur noch intelligente Behälter, intelligente Transportsysteme, intelligente Maschinen und vielleicht dann intelligente Produkte miteinander kommunizieren und sich völlig autonom bewegen. Ne, das ist es nicht. Es ist der Schritt dahin, das, was wir schon in unserem Privatleben etabliert haben, die Digitalisierung, die digitale Datenverwaltung, die Vernetzung miteinander, auch in die Produktionswelt zu bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.